Und willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls 3. Was kann ich für euch tun? Ja, Morrowind. Ich würde gerne mal da hinten gucken. Okay, okay, können wir nichts. So, ich muss gerade schauen, haben wir... Blablabla, Codebuch 50 tragen. Okay. Ah, gute Gesellschaft, sprecht mit mir. Na klar, Schätzchen. Hier, gib mir mal einen neuen Auftrag. Oder eine Beförderung. Oder, komm, Auftrag. Hela Vianne De Seele schuldet einem unserer Klienten 200 Ragen. Bringt mir De Seele's Schutzgeld. Na klar. Hela Vianne De Seele betreibt eine Traverne in Suran. Sie schuldet Manos Otrelit einem unserer Klienten 200 Ragen. Bringt mir das Geld und ihr könnt die Hälfte davon behalten. Na danke, Fein. Das machen... Ich grüße euch, Seele. Och, Leute. Ihr und euer Geschwätz hier ständig. Das machen wir doch glatt. Nach Sudan. Ähm... Man frage mich jetzt nicht, wo das ist. Denn ich weiß es nicht. Ich hoffe, wir kommen da mit Schlickschreit dahin. Einfach so. Zack, 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 zack. Aber wir werden es ja sehen. Zack, 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 zack. So, reisen. Natürlich kommen wir dahin. Ja! Und da wären wir in Sudan mit einem Klippen-Dingsbums-Viech. Gut, jetzt müssen wir die gute Frau nur noch finden. Äh... Warte mal. Ich muss mal lesen. Die Seele. Okay. Hilfiane die Seele. Gut, gut, gut. Der Typ da vorne, der sieht doch sehr vertrauenswürdig aus. Können wir ihn fragen? Natürlich nicht. Er erzählt uns nur irgendeinen Blödsinn, weil er hier so ein Entzeit-Freak ist, glaube ich. Ähm, ähm, ähm... Oh, Schmied. Schmied ist immer gut. Da können wir gerade nochmal kurz schauen, was denn der gute Mann hier hat. Hat er eine bessere Waffe? Natürlich nicht. Doch, nein. Stahlstreitachst. Ja, gut. Ist genau gleich, nur dass die Silberaxt eben auch noch gegen andere Monster genutzt werden kann. Also bringt uns der Typ hier so gut wie Gornischt. Nicht so gut wie... Er bringt uns nix. Ich frage mal die Wache nach. Natürlich. Die kann uns auch nichts sagen. Das ist... Gibt es etwas, das ich für euch tue? Nee, nee, du, nee, nee. Lass mal sein. Ja, Mann, wo kann die denn sein? Lass mich durch. Weißt du das? Warte mal. Ähm... Jemand Bestimmtes geht hier natürlich auch nicht. Maaah. Wer bist du? Ja, ja. Ich suche jemanden Bestimmten. Helvianne, die Seele gehört... Die Seele ist Haus der örtlichen Freund... Freuden. Aha. Sie ist also... Eine Puff-Betreiberin. Eine Puff-Mutter. Oh. Oder? Hallo. Scheiße. So, jetzt. So, wo ist die Puff-Butter? Hier. Gut, gut. Bin ich mal gespannt, ob die die... 200 Kröten freiwillig rausrückt. Alle da nicht. Das geht ja nicht. Das ist sie. Ähm, wir überzeugen sie erstmal. Das ist, glaube ich, das Klügste. Vielleicht drückt sie ja die Knete freiwillig raus. Jetzt nimm mein Geld. Ich weiß jetzt echt nicht, ob die das, äh, trotz... Auch wenn sie es ablehnt, trotzdem nimmt. Keine Ahnung. Nimm jetzt mein Geld, verdammt! Nimm es! Na, komm. So. Bla, bla, bla. Wo ist es? Schutzgeld... Äh, Schuldgeld. Schon gut. Ich hab mich überzeugt. Hier sind die 200 Thraken. Liebt sie hin und sagt diesen Schurken, sie soll mich in Frieden lassen. Na klar. Ah, vorher. Hi. Hi. Bleib wohl. Okay. Hi. Hier kann man nichts tun. Ähm, so, warte mal. Ich bin hier wieder weg. Okay. Das heißt, wir müssen zurück und das wäre die Quest dann auch schon gewesen. Das ging ja echt fix. Grüß dich. Ab zurück nach Balmora. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum Gleichen. Einen besonderen Ausflug. Na dann. Den brauchen wir nicht. Alles, was wir hier tun, ist ein total besonderer Ausflug. Ich will gerade mal gucken. Letztes Mal hatten wir es erhöht, ne? Ja, hatten wir. Dann brauchen wir noch ein bisschen. Ja, die kennt ihr doch eh schon. Mir sind die Stimmen so leise. So. So. Wie hat euch der Tag gegrüßt? Ihr scheint gut auf euch selbst aufpassen zu können. Ihr wollt mir eure Zeit opfern? Das ehrt mich wirklich. Oh. Bier, bitte. Na klar. Danke. Und jetzt eine Beförderung? Ach, schade. Dann vielleicht noch einen Be... Warte mal, wir gucken mal bei Anforderungen. Nee, das ging anders. Das war hier. Nächster Rang Protektor. Stärke 30, Konstantin und Ton 30. Das haben wir doch. Erfordert einen Fertigkeitschern mit 40 und erfordert zwei Fertigkeiten mit 10. Haben wir auch. Ja. Haben wir lockerlässig. Klaro. Gut. Dann bitte Befehle. Ich habe einen Kopfgeldauftrag für Dora Grabol. Das ist eine Venditin, die ganz offen in einem Haus hier in Balmora lebt. Ich habe hier einen Vertrag, der besagt, dass 250 Tragen euch gehören, wenn ihr ihr Gerechtigkeit widerfahren lasst. Na klar. Gebt mal her. Und er sagt uns jetzt bestimmt... Ich glaube, sie lebt am Fluss in der Osthälfte der Stadt. Und ich bin ein Mann. Es tut gut, euch zu sehen. Osthälfte, 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 Osthälfte. Wir sind im Westen. Wir sind im Westen. So, mal gucken, ob ich das Haus auch gleich auf Anhieb finde. Oder ob sie da einfach mitten auf der Straße rumsteht. Ich grüße euch. Hallo, Ork. So, warte mal. Ist es das? Das ist ja wohl ein Witz. Äh, wohl echt ein Witz. Das war jetzt keine, äh... Das war jetzt echt nicht gewusst. Also das war Intuition oder einfach Glück. Weißt du was? Wir rauben sie danach aus. Ja. Eure Wunden sind groß. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich haben wir gar keine Wunden. Ähm... Soll ich sie einfach anfallen oder so? Sieht so aus, als ob ich sie einfach anfallen müsste, ne? Okay. Äh... Gut. Ich glaube, ich muss sie einfach anfallen und... ...töten. Es tut mir leid. Tut mir leid, Dura Grabul. Lied, solange ihr könnt. Entschuldigung. Ist auch nichts dabei. Aber dann können wir hier nochmal grad gucken. Ist hier noch was Tolles gibt, aber es sieht nicht so aus. Unten die Truhe vielleicht nochmal schnell. Schloss 45. Na, das sollte doch für uns mit Sicherheit... ...überhaupt gar kein Problem darstellen. Oder vielleicht doch. Hallo? Blödes Schloss! Geh auf! Hallo? Hey! Wir versuchen mal den Gesellen, Dietrich. Na, nur komm. Ähm... Ich glaube, das wird nix, ne? Ich habe das Gefühl, das wird nix. Wir brauchen einfach mal alles, was wir haben. Oh! Gut. Wir haben es doch geöffnet. Super. Und für was? Für einen blöden Ring und 75 Tragen. Gut. Besser als alles andere, was wir vorher schon mal gefunden hatten. Das ist okay. So. Äh... Hier. Wird es hier schon wieder finster? War es nicht eben erst dunkel? Ich habe hier kein Tag- und Nachtgefühl. Ja. Uah! Lass mich lieber durch. Was braucht ihr? Ich brauche gar nichts. Ich will einfach nur durch. Ich bin einfach nur durch. So. Glück und Grüße für euch. Jetzt hätte ich aber dann doch gerne mal eine Beförderung. Ihr wollt mir eure Zeit opfern? Das ehrt mich wirklich. Natürlich nicht. Hier. Ja. Danke. Und jetzt vielleicht eine Beförderung? Das gibt es doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Ich will eine Beförderung. Mann. Ich bekomme hier echt einfach keine Beförderung. Dein Dietrich? Nö. Aber vielleicht... Könntest du mich jetzt ausbilden? Nö. Magst du mich mal ausbilden? Gut. Blocken. 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 Acht Punkte. Okay. Das können wir uns nicht leisten. Muss ich mir nicht geben. So. Warte mal. Wir können nochmal reparieren, glaube ich. ein bisschen wenigstens. Achso. Jetzt muss ich... den nehmen. Okay. Bling, 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 bling. Ganze drei Anwendungen noch. Na, herzlichen Glückwunsch. So, was machen wir jetzt noch? Wir könnten... bei Kallus Corsades nochmal vorbeigehen. Oder wir machen hier noch einen Auftrag. Packen wir noch einen? Klar. Die gehen ja echt schnell hier. Ich grüße euch. Zumindest im Moment noch. Komm, gib mir noch einen. Ich habe keine Befehle für jemanden, der nicht bindet. Protektor ist auch... Erkundet, die eure Wörterung braucht. Die Gildenkämmer in Vivek, Sadet Mora oder Aldroon haben vielleicht noch etwas zu tun für euch. Was? Warum? Kann doch nicht sein. Wir haben doch alle Anforderungen. Stärke 30, Konstitution 30. Warte mal. Ja, klar. Locker. Erfordert eine Fertigkeit mit 40 und erfordert zwei Fertigkeiten mit 10. War auch. Okay. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich einfach... Ja, einfach mal die Städte wechseln. Gut. Sadet Mora. Sadet Mora oder Aldroon. Vivek. Vivek würde ich gerne noch weglassen. Denn Vivek, die Stadt, mag ich überhaupt gar nicht. Kann ich mich noch erinnern? Die ist riesengroß. Und unübersichtlich. Deshalb gucken wir mal, wo es uns jetzt hin verschlägt. Aldroon oder Sadet Mora. Mal gucken. Wo kann er uns hinbringen? Wahrscheinlich... Ne, nicht beides. Ne, nicht beides. Fahren wir erstmal nach Aldroon. Ich kratze mir kurz am Kopf. Kann man hier Sadet Mora? Ne, kann man nicht. Na gut, dann... Also, willkommen in Sadet Mora. Und da hinten... ...sieht man ganz gut. Das ist die... ...die Umrandung um den Roten Berg. Da ist irgendwo die Geisterpforte. Kann man jetzt sehen. Im Original würde man es nicht sehen. Und da ist ein Klippenläufer. Wie viel brauchen wir denn noch für Axt? Na gut, schwere Rüstung war aber bald oben. Dann lassen wir uns hier nochmal kurz verkloppen so ein bisschen. Der hier kommt ja eh an. Und dann suchen wir gleich mal die Kriegergilde hier. Falls der uns überhaupt mal trifft. So, warte mal. Wir kriegen... Okay. Dauert nicht mehr lang. Na komm. Gut. Blocken meinetwegen. Du sollst uns aber mal treffen. Ja, danke. Komm, nochmal. Ja, danke. Okay. Du hast deinen Soll erfüllt. Jetzt darfst du sterben. Das hat man früher übrigens auch gemacht. Da hat man sich einfach irgendwo hingestellt. Und sich dann von einem... Na toll. Von so einem Kundschafter irgendwie angreifen lassen. Das ging ganz hervorragend. Und rucki zucki hatte man schwere Rüstung ganz weit oben. Vom Schlachterfisch am besten noch. Und dabei noch an die Wand schwimmen. Hiermit automatisch laufen. Dann hat man sogar beides hochgehabt. Ich höre eure Worte. Also Athletik und... Dingens. Schwere Rüstung. Und da wären wir. Wer bist du? Baradras. Hallo Baradras. Ich stehe das um euch. Kann ich euch helfen? Oh, ja. Du kannst mich mal befördern. Kann er dich? Ausbilden? Kann er? So, was habt ihr denn hier? Da ich ja in der Kriege gelte bin, darf ich mir das alles nehmen? Persius. Persius. Okay, Persius. Wo ist der? Bist du Persius? Ja. Ich grüße euch. Worüber wollen wir reden? Ich weiß es nicht, Persius. Ich weiß es nicht, worüber wir reden wollen. Vielleicht über Befehle. Wie wäre es denn damit? Aber Persius, das machen wir in der nächsten Folge. Wird diese ein bisschen kürzer. Aber ich muss leider gleich noch... Leider, sag ich schon. Ich muss gleich noch mit Eike aufnehmen. Leider. Und deshalb muss ich mich jetzt ein bisschen sputen. Wird die Folge ein bisschen kürzer. Ja. Bis... Nun, um was geht es? Das werden wir dann erfahren, Persius. Okay, bis morgen. Tschüss. Tschüss.